Als minoische Keramik oder kretominoische Keramik werden Keramikstile der minoischen Kultur zusammengefasst, die sich auf dem brossezeitlichen Kreta etwa zwischen 2800 und 1100 v. c. h. r. entwickelten. Die minoische Vasenmalerei hatte ihre Höhepunkte in der Zeit der alten und neuen Paläste. Die minoische Keramik spielt als Indikator auch eine große Rolle in der minoischen Chronologie. Geschichte Schon vor dem Bau der ersten kretischen Paläste kam es zu beachtlichen Neuerungen im Keramikgewerbe. Die vermutlich in Mesopotamien entwickelte, schnelldrehende Töpferscheibe wurde auf Kreta eingeführt. Da dadurch die Produktion wesentlich schneller vonstatten ging, entwickelten die Töpfer mit zunehmender Kunstfertigkeit neue Keramikstile, unter denen der Vasiliki-Stil und der Pyrgos-Stil eine leidgebende Rolle einnahmen. Weitere Stile der Vorpalastzeit waren der Frühvorpalastzeitliche Adjos-on-Aufrius-Stil und der Weiße Stil. In der alten Palastzeit kam es mit dem Kamaris-Stil zu einer ersten Blütezeit kritominoischer Keramik. Die Gefäße zeichnen sich durch sehr dünne Wände und abstrakte Bemalungen aus, wobei meist mit roter oder weißer Farbe auf den schwarzen Grund gemalt wurde. Wegen ihrer Dünnwandigkeit werden sie auch als Eierschalenware bezeichnet. Mit dem Beginn der zweiten Palastperiode wandten sich die minoischen Maler mit dem Florastiel und dem Meerestiel wieder Motiven aus der Natur zu. Die Gefäße des Florastiels sind häufig mit Lilien, Papyrostauden oder Blüten, Safran, Iris und Blätterwerk versehen. Beliebte Motive des Meerestiels waren hingegen Oktopus, Purpus, Schnecke, Nautilus, Seestern und Korallen. In der letzten Phase minoischer Vasenmalerei bildet sich der Palaststil heraus. In ihm finden sich wieder Anzeichen geometrischer Stränge. Die Produktion in diesem Stil bemalter Gefäße war allerdings auf Knossos beschränkt. Punkt, 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 Punkt. Als Elemente kommen vor allem Ritual- und Sakraldarstellungen sowie Löwen- oder Stielköpfe vor. Einfachere Gefäße wurden häufig geometrisch verziert. Die Farbgebung war meist rot, braun, schwarz und weiß. Besondere Gefäßformen waren vielfältige Schnabelkannen. Der Althistoriker Angelos Cheniertais schreibt dazu.